Musik Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monja und heute möchte ich mit dir einen Meditation Tracker, einen Meditations Tracker malen. Und dazu benutzen wir den kleinen Kerl von Headspace. Dieses Printable, also die Vorlage zum Ausdruck, findest du hier unter dem Video, gibt es einen Link dazu, entweder in unserem Shop oder aber auf Patreon. Wäre schön, wenn du dich uns auf Patreon unterstützen würdest und du bekommst immer wieder neue Printables, die wir auch in unseren Videos nutzen. Und ja, schau einfach mal vorbei, vielleicht gefällt dir ja was, was du da siehst. Und wir würden uns sehr freuen, wenn du einfach mitmachst. Und du kannst die Figur natürlich auch einfach selber malen und wie das geht, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Ja, und dafür brauchst du ein paar Kleinigkeiten. Du kannst natürlich auch immer alles anders nehmen, als hier vorgeschlagen. Ja, zunächst einmal dein Bullet Journal. Ich nutze hier das Scribble Z Matter. Dann den Micron Fine Liner. Und die Zebra Mild Liner. Ja, und viel mehr braucht man nicht und deswegen geht es auch schon los. Da ich dich jetzt hier nicht langweilen wollte, habe ich das Ganze schon mit einem Bleistift vorgemalt. Und du siehst jetzt einfach, wie ich das hier mit dem Micron Fine Liner nachfahre. Also, das mit dem Bleistift ist eine tolle Sache, weil auf diese Weise kann ich immer nochmal radieren, wenn etwas nicht so ist, wie ich es haben möchte. Und auch gerade bei der Schrift, ja, da ist das schon schön, wenn ich das einmal so ein bisschen vorgezeichnet habe. Ansonsten, wenn du nicht in deinem Bullet Journal vorzeichnen möchtest, dann kannst du natürlich auch immer ein Blatt Papier einfach nehmen und das da drauf malen und dann reinkleben. Oder einfach einmal üben auf einem Blatt Papier und dann in deinem Bullet Journal kleben. Ja, jetzt hier geht es nur darum, ich habe oben Headspace stehen und unten drunter Meditation Tracker. Headspace ist die Firma, die diese kleinen Kerlchen sich hier zunutze macht. Und die stehen dort halt für die Meditation. Das sind ganz süße Videos, kannst du ja mal auf der Webseite nachgucken. Ich verlinke die auch hier drunter einfach auf www.headspace.com. Mittlerweile gibt es das Ganze sogar auf Deutsch, deswegen finde ich das richtig toll und gelungen. Und du kannst es natürlich auch kostenlos ausprobieren. Ja, du siehst schon, ich koloriere das Ganze jetzt einmal hier mit meinem Mildliner. Und ja, ich versuche das Ganze nicht so 100% ordentlich zu machen. Das ist Absicht, weil ich einfach den ganzen diesen Bullet Journal Charakter bewahren möchte. Es soll natürlich schön aussehen, aber es ist eben gescribbelt, hingezeichnet sozusagen, so kleine Doodles sozusagen. Und deswegen möchte ich das nicht 100% ordentlich haben. Ich finde, das hat so seinen ganz eigenen Charakter. Ich finde, das hat so seinen Charakter. Ja, sobald die kleine Figur von Headspace jetzt fertig ist, ist das Ganze ja irgendwie eine Fleißarbeit. Ich mal oben kreise und schreibe Zahlen rein, also nummeriere das einfach durch. 1, 2, 3 und so weiter. Und die kann man natürlich dann hinterher abstreichen. Wann immer du einen Tag meditiert hast, wird das Ganze abgestrichen. So ist es auch nicht unbedingt an einen Monat gebunden und man kann seinen Tracker länger benutzen. Ja, das war es auch schon von mir für heute. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen und du bist inspiriert, das auch einmal zu machen. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn du uns einen Daumen nach oben gibst, vielleicht auch unseren Kanal abonnierst. Und dann freue ich mich darauf, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020